Hallo, mein Name ist Saskia Langhammer. Ich leite das International Office der Hochschule Mittweida. Wir befinden uns auf der Albert-Schweizer-Straße 22 und hinter mir ist der Eingang. Unser Büro unterhält ein weltweites Netzwerk zu Hochschulen, damit unsere Hochschule international vernetzt ist und Studierende ins Ausland gehen können. Wir haben mehr als 100 Partner auf aller Welt. Man kann sich bei uns um Stipendien bewerben. Wir beraten auch internationale Studierende und vermitteln ihnen Ansprechpartner. Alle Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter der Hochschule Internationales. Hallo, mein Name ist Maria Kramer und ich berate an der Hochschule die Studenten, die aus dem Ausland kommen, insbesondere die Geflüchteten. Herzlich willkommen auch von mir hier im International Office. Mein Name ist Ulrike Worps-Reichenbach. Ich bin die Beraterin hier für studentische Mobilität an der Hochschule Mittweida, für deutsche Studierende hier am Campus Mittweida. in puncto Erasmus und Promos-Stipendien, beziehungsweise rund um die Organisation ihres Auslandsaufenthaltes für ein Studiensemester, beziehungsweise ein Praktikum im Rahmen ihres Studiums. Und ich berate internationale Studierende, die hier bei uns in Mittweida studieren und Fragen rund um die Studienorganisation haben. Sie können mich bei Rückfragen gerne erreichen unter meiner E-Mail-Adresse mobility.hs-mittweida.de beziehungsweise telefonisch unter mittweida 581736. und Dopiería Bis zum nächsten Mal.